Milizieren sind so die geilste Möp für die Corded, find ich jetzt. Für die Corded? Nee. Außer du gehst hier an solche kurzen Gänge. Nee, ich geh die kurzen Gänge. Egal, 19 Kills und die letzte Waffe ist Gold, die letzte Waffe klasse Diamant. Corded hat sich da zum Schluss aufgehoben, damit ich mit der MP, die mein Herz erobert hat, das Ganze hier finisht. Oh, da hinten ein Schimmelkler. Oh, er spielt Hades. Ah, nein, das ist nicht schön. Ich muss über den Lauf im Sport gehen. Ich spiele auf Max Range mit seiner Kack Hades. Aber Nahkampf kann sein. Ah, ich hätte warten sollen, bis ich mich heile. Kein guter Start, ich muss noch... Ich neun bin in die Kirsche. Ja. Nix. Range Shot. Vorräte, wer zuerst kommt mal zuerst. Hinten links an der Kirsche. Da hab ich. Da hab ich. Die Kirsche morgen wieder. Kommando, ich brauche eine Drohne über uns. Oh, unter der Kirsche, jetzt geht's rund. Die kommen oben zwei Stück zum Holz, jetzt schön alle. Einer ist in der Kirsche jetzt. Ah, die Drohne ist da. Manchmal verstehe ich die Leute nicht. Scharfschützen-Nest ist da. Nein. Und dann bin ich gestorben, weil ich in die Kamera gucke. Ich hab' ich's Mongo. Ah, hehehe. Ah, egal. Immer lang, der ist so Gold. Boah, dreifach Kill. Ich liebe meine Heli-Boys. Ich muss doch sagen, dass es scharfschützen-Nest viel geiler ist, wie der normale Kampfheli. Definitiv. Ja, jetzt aber. Noll. Wie hat er mich geschlagen? Nein! Er wartet in der Ecke. Dieser Reudige. Oh, das hab ich. 24-5. Aber, geht mir das... Das geht runter wie Öl den... LMG-Boy da... Ja, mir auch. Nach dem Start, wo ich echt dachte, das wird ne Hade. Nur ist... Kirsche. Manchmal muss es auch hip-freier sein. Oh. HP-Buff. Ist gar nicht hier. Nice. Und dann wird's gesniped. Dann wird's gesniped. Ja, grad, wo ich ins buffe. Oh. Ehh. Leck Kirsche. Kommando, Crash erbitte Drohneneinsatz. Der ist live. Der ist nicht so ganz viel. Und gewonnen. He, he, he. Level 247 bedient. Lustigerweise habe ich die Waffe schon wieder nicht auf Gold bekommen in der Runde. Echt? Heli hat mir alles geklaut. Dürften wahrscheinlich wieder drei Kills fehlen. Nee, sechs Kills. Immerhin. So, jetzt mache ich die sechs Kills, dann ist das in Gold. Ewig geiler Boy. Maybe. Nein. Ich hätte zwei Leute mal an. Nein. Ich wollte gerade noch weglaufen. Es ist immer die Schockdrohne, die einen Töne gehört. Das ist nicht meine Runde. Nein, das ist Shriek. Komm ran. Ruin konfrontiert. Konterdrohne geht raus. Komm ran. Alter, das sind fünf Leute vor mir. Ich kann halt alles, was die Waffe stark macht, nicht ausspielen. Weil ich nicht... Ich komme mit einer Reichweite für die Waffe. Doch ich habe. Ich komme nicht in eine Reichweite für diese Waffe. Das wird nicht meine Runde. Ja. Dann, wenn ich in eine Reichweite bin, dann sind es wieder zwei. Loll. Wer hat mich da gerade geholt? Drohne. Konterdrohne. Pflastergranate ist einsatzbereit. Alter. Ich laufe 35... Die Hälfte der Runde ist mir rum. Ich sehe gar keine Gegner. Das ist so ein Hobby von denen gerade. Nice. Fick dich doch. Mache ich halt jetzt golden. Und danach. So, jetzt müsste es zu Gold sein. Mann, ich wollte eine schöne Runde zu Gold spielen. Nein. Und die Drohne? Der sitzt da jetzt für Gold. Nice. Und wieder. So, jetzt komm her. Komm her. Also gut. Mach dein Ding. Nein, teammate. Mann. Ich guck an meinen. Das ist meine Runde definitiv. Sein Ernst. Sein Ernst. Der muss mir noch hinterher laufen. Nö. Ja. Ich kann Diamantgarn bekommen, wenn wir noch eine Blutrunsicht auf der Spitfire-Fäßig nie gespielt haben, seitdem ich gechallenged hatte. Leider. Warum auch immer. Nein. Adrian hat es geklaut. Nein. Mehr wollte ich denn. Crash ist weg. Oh Gott. Er ist so in mir. Oh Gott. Er ist so in mir. Ich habe gerade alle Tassen gespielt. Ich habe. Er ist so in dir. Und dann... Ja, Spawn schon geflippt. Deswegen bin ich gestorben. Okay. Das dauert länger. Das ist eine hektische Kacklobby. Ja, aber nur, weil die auch wirklich einfach in die Gegner... Also, die Gegner in uns. Ich kriege den Kegel Cloud. Das brauche ich jetzt die halbe Runde für die Blutrunsicht. Das gibt es doch nicht. Oh, das fängt schon wieder an. Ja. Ey. Das ist... Corona. 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 Crush is back. Aktiviere Marikade. Oh nein, ein Kill, komm. Einen schicker Kill. Drohnen Mission Seize bei 50% Der ist unter mir. Nein! Das wäre die Gold gewesen, nach dem Haken. Und nur noch den Schildkranken. Ich habe einen schönen Score. Ich habe ihn gerade hier frei jetzt. Ich bin da zweimal blöd gestorben. Ich habe noch keine Blutrunsmitglö nachts. weil mir auch jeder kriege klaut ist erledigt wo sind die leute ich will halt das schnell mal deswegen klappt das und ich renne mal wieder über die ganze und will doch nur ein blutrünstig und dann sowas alter es ist die unmöglichste lobby für eine blutrünstig zu holen es gibt es nicht ich definiere das jetzt wirklich kamikaze lobby es ist fast geschafft jetzt egal halt gesichtet ja lenktrad eben ist da abgelaufen ja nein nein immer bei dem letzten gilt da auch doch da ich nehme alles zurück diamant haben ist da egal nein nein so immerhin diamant jetzt habe ich diamant mit allen klassen da ist sogar die killcam war sogar der moment ist diamant glaube ich bei mir ist die killcam jetzt ein standbild oh rasierst da ganz schön oh egal endlich sind die mps diamanten das ist geschafft endlich da sind sie ach so ist es jetzt schön ah ja 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 ja